Heyho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt Positionsvideo. Wir befinden uns in der 111. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche vom 18.05. bis zum 25.05. Der Planet, auf dem wir uns befinden, ist Promethea, die Zone, meridianischer Stadtrand. Und wir haben einen Spot, der, als der Schwarzmarkt angefangen hat, relativ häufig war, dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Und jetzt haben wir wieder, wir müssen einmal nämlich hier, ich habe Escape gedrückt statt Q, ich bin es einfach, wir müssen einmal hier hin. Ich zeige euch natürlich trotzdem den Weg, der gar nicht so weit ist, aber ich zeige ihn euch trotzdem und rede währenddessen darüber, was es diese Woche gibt, beziehungsweise ich kann gar nicht darüber reden, was es diese Woche gibt, weil, wie ihr da schon seht, wir sind schon da. Ich kann es euch einfach direkt zeigen. Da ist der Automat, wir müssen also gar nicht weit. Wir gucken uns den einmal an. Wir haben einmal den Ripper, relativ lustige Mache, coole Effekt. Müsst ihr ausprobieren. Ich finde sie lustig, allerdings relativ schwach. Dann haben wir einmal Ticks Boom, super coole Waffe, allerdings schadenstechnisch oder beziehungsweise gameplaytechnisch jetzt auch nicht das Beste, was es hier gibt, aber ich mag sie sehr gerne. Und dann haben wir einmal The Flood. The Flood, 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 Flood. Ich glaube, Flood wird es ausgesprochen. Egal, es ist Jacobs Pistole mit einem relativ nice Twist, den sonst keine Jacobs Pistole hat. Allerdings muss ich sagen, dass wir das Ding schon so oft im fucking Schwarzmarkt haben, dass es mittlerweile einfach scheiße langweilig gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer relativ häufig die gleichen Waffen sind und dabei hat Borderlands 3 so viele, also was heißt so viele, aber so viele Möglichkeiten. Ich meine, wenn du immer drei davon nimmst, gerade wenn du jetzt auch die DLC-Waffen, die es ja mittlerweile auch im Schwarzmarkt gibt, dazu nimmst. Also irgendwie, das kann mir natürlich auch nur so vorkommen, weil die Waffen, die ich gerne spiele oder die Waffen, die ich kenne, oder was heißt kenne, die ich wirklich aktiv genutzt habe, mir besser mal Gedächtnis bleiben, so wie The Flood zum Beispiel. Allerdings wundert mich das immer so ein bisschen. Egal, das ist auf jeden Fall der Role. Ich kann ihn euch nicht wirklich empfehlen. Ist eine relativ lustige Woche, was Gameplay angeht, ist das aber was Schadens angeht. Nicht die beste Woche. Denkt bitte dran, wenn ihr mit dem Automaten interagiert habt, das heißt etwas dran gekauft habt und dann die Zone bzw. das Spiel verlässt, dann verschwindet der Automat für ungefähr eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde kommt der Automat wieder und hat neue Roles. Beziehungsweise, also, das heißt, die drei Waffen, die drin sind, bleiben die gleichen, allerdings mit anderen Prefixen. Prefixen? Prefixes? Prefixes? Ist das? Keine Ahnung. Deutsche Sprache, schwere Sprache. In einer halben Stunde könnt ihr, was weiß ich, machen, macht euch einen Kuchen oder so, macht euch einen Kuchen, backt euch einen Kuchen, backt euch einen Kuchen oder farben einfach für neues Geld, um es danach am Automaten wieder auszugeben. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir sind auf Promethea, wir sind auf der Zone meridianischer Stadtrand und wir müssen legit einmal geradeaus und links abbiegen und dann kann man den Automaten gar nicht mehr verfehlen. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da rein!